Ja, hier ist die Katrin von Dream Fireworks. Schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass der Torsten uns ein bisschen Zeit von sich übergeben hat und wir euch eine kleine Auswahl von der Firma Rolf Feuerwerk präsentieren können. Alle Produkte können ab sofort in unserem Onlineshop bestellt werden unter www.dreamfireworks.de. Aber ich will nicht lange reden. Wir fangen an mit der Position 1, mit der Mad Twister. Auf der Position 2, die Grand Kron. Die Position 3, die Kalifornien eine Fun-Batterie. Die Kron. Auf Position 4 die erste Verbundbatterie, die Bombettenkanone im Kaliber 30. Die erste Verbundbatterie, die Bombettenkanone im Kaliber 30. Die Position 5, Blue Night Fire, eine weitere Compound. Die Position 5, Blue Night Fire, eine weitere Compound. Die Position 6, die Ghostbatter. Die Position 5, Blue Night Fire, eine weitere Compound. Die Position 5, Blue Night Fire, eine weitere Compound. Die Position 6, Blue Night Fire, eine weitere Compound. Und als letztes die Jackhammer geschossen im Finale mit der Krülcannon und der Silversalut und der Finalorder. Viel Spaß dabei! 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 Viel Spaß dabei!